Radio, Werbung für alle Sinne. Ex-Vilia DG, zum Beispiel in Drachstern, Hotel Pro Nacht, nur in Dortmund, da ist die Euro. Das ist gut, so kann ich nicht denken. Das ist gut, so kann ich jetzt stehen. Ja. Schön guten Abend zum Bundestagswahl. Wir tun für das Fernsehduell zwischen Bundeskanzler und Vizekanzler Steinmeier. Die Spitzenkandidaten von CDU und SPD im 13. September um 20.30 Uhr aufeinandertreffen. Hallo. Hallo.